Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, neue Woche, neues Glück, kann man so gut sagen, nur am Bitcoin-Chart tut sich überhaupt nichts. Weder bei Bitcoin noch bei Ethereum hat sich sonderlich was getan. Trotzdem will ich nochmal ein bisschen auf die Trades näher eingehen. Welche Trades können wir eingehen? Wo setzen wir unseren Stop-Loss aus dem Wasser? Hat sich news-technisch nochmal ein bisschen getan? Und ja, bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonnierst den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wer Bock hat auf Updates oder Sonstiges, kommt da gerne rein. Und auch noch eine geile Aktion, BingX wird ein Jahr alt, beziehungsweise die Dachgruppe im deutschen Raum. Darum geht es ab Mittwoch, geht es hier los mit einem Quiz und ein paar anderen Aktionen, wo ihr einen Haufen, sag ich mal, gewinnen könnt. Einerseits natürlich USDT und auch ein Tri-In Fund und ein Merch-Paket. Also wenn ihr da mitmachen wollt, einfach mit dem Link unten in der Videobeschreibung bei BingX registrieren und dann natürlich in der Gruppe joinen, damit ihr da nichts verpasst. Also ich mache da auf jeden Fall mit, auch wenn ich nicht mitmachen darf. Trotzdem kann man natürlich mitmachen, habe ich riesig Bock drauf. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt rüber in die Charts. Bitcoin momentan bei 22.400 US-Dollar. Ihr seht schon, die Range ist weiterhin gleich. Es hat sich nichts geändert. Bis auf, wo wir gestern ja drüber gesprochen hatten, diesen kleinen Wig auf 22.600 US-Dollar, hat sich nichts getan. Trotzdem gehe ich weiterhin davon aus, dass wir zumindest die Ineffizienz, beziehungsweise dieses Void nach oben hin noch füllen in Richtung 23.000 US-Dollar. Aber es wäre einfach unlogisch, die ganzen Shorts, die hier oben aufgemacht wurden, nicht wieder zu triggern. Deswegen bleibe ich jetzt erst einmal so bei dem Fahrplan. Zumindest bis 23K hoch, also 22.900, ist mein Take Profit, den ich momentan mir erst einmal gesetzt habe. Ich bin jetzt hier in den Trade reingegangen, in dieser Box, mit einem Stop-Loss, so wie wir es angesprochen haben, bei den 21.600 US-Dollar. Ich habe noch einen zweiten Entry hier gesetzt, genau hier an diesem Low sollten wir hier nochmal reinkommen, was ich momentan immer noch ein bisschen eher davon ausgehe. Aber gut, wird sich die nächsten Stunden zeigen und wie gesagt, Take Profit ist dann hier oben in der Region um 23.000 US-Dollar. Ich würde gerne diese Ineffizienz nach oben hin füllen. Ich würde gerne das Golden Pocket testen und dann an dieser Reaktion, die wir hier oben dann eben sehen, weiter entscheiden, ob sich hier oben ein Short lohnt oder ob wir hier komplett durchballern und endlich mal diesen Downtrend brechen. Weil wir sind technisch gesehen auf den größeren Timeframes, Daily, Weekly, haben wir es uns ja schon angeguckt, sind wir noch in einem Up-Trend drinnen, das ist alles gut. Wir hatten auch keinen beschissenen Weekly-Close, wir hatten einen einigermaßen normalen oder humanen Weekly-Close, alles okay. Auch der Daily-Trend hält weiterhin, also wir müssen uns erst einmal keine Gedanken machen. Trotzdem, technisch gesehen auf den kleineren Timeframes befinden wir uns in einem Downtrend. Das sehen wir einfach hier, dass wir keine höheren Hochs bilden, wir bilden tiefere Tiefs, wie gesagt, auf den kleineren Timeframes. Und technisch gesehen Downtrend. So, deswegen müssen wir unbedingt hier oben diesen Bereich um 23.300 US-Dollar durchbrechen. Golden Pocket, 0786er und 4-Stunden-Supply-Zone, die hier oben einfach auf uns warten. Diesen Bereich sollten wir durchbrechen. Bestätigen wir dann auch dieses Breakout. Das heißt, ich zeichne es nochmal ganz kurz ein, das heißt, wir gehen hier oben runter, bestätigen dann hier nochmal das Golden Pocket, weil das ist entscheidend. Diesen Punkt würde ich dann auch gerne sehen. Dann können wir auch wirklich nochmal in Richtung 26.6 steigen. Das ist immer noch so ein bisschen mein Primärziel. Ihr wisst, wer mich jetzt schon länger verfolgt oder die letzten Tage immer die Videos schaut, 26.6 ist das vorübergehende Ziel. Davon gehe ich erst einmal aus, zumindest, dass wir dieses Level anlaufen könnten. Nach jetzigem Stand brechen wir hingegen durch diesen Daily-Up-Trend durch. Dann ist das Thema erstmal für mich durch und wir orientieren uns weiterhin nach unten. Ich würde trotzdem, je nachdem eben wie die Marktlage ist, wir haben im Wochenausblick darüber gesprochen, Paul-Rede ist morgen Abend auch noch, auch das könnte nochmal zu einem ordentlichen Dämpfer setzen, werde ich mir die Reaktion hier oben ganz, ganz genau anschauen, weil das natürlich dann auch ein mögliches Short-Szenario für uns morgen ist. Mit weniger Risiko, weil wir einerseits die Long-Position laufen haben, wir haben auch noch die von 21.7 laufen, auch kein Problem. und dann hier oben eben noch die Shorts so ein bisschen als Hedge machen, sollte morgen die Rede um 16 Uhr, glaube ich, habe ich gesagt, 16 Uhr negativ ausfallen. Also das ein bisschen morgen im Blick halten. Wir haben einen ruhigen Montag, der, ich meine immer noch davon, dass wir mindestens diese Ineffizienz füllen und dann schauen wir weiter. Sollten wir wieder im Golden Pocket rejected werden, dann sehe ich echt schwarz auch für den Daily-Up-Trend und dann können wir nochmal hier unten diesen Bereich um 18.000, 19.000 US-Dollar auf jeden Fall anlaufen. Und Silvergate ist komischerweise wieder ein bisschen ruhig geworden, muss man ganz ehrlich so sagen. Ihr wisst, ich bin davon eh nicht so ein Riesenfan von dieser ganzen Geschichte, für mich eher mehr FUD als sonstiges. Aber gut, wird sich einfach zeigen. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier sehen wir momentan wenig Veränderungen. Ich bin in den Trade mittlerweile reingesprungen, jetzt hier in diesem Bereich, einfach weil es sich so wenig tut. Ich habe keinen Bock jetzt irgendwie wegen, was haben wir hier, 15 Dollar oder so nochmal zu warten. Das heißt, auch hier bin ich in den Trade rein. Ich habe es heute früh in die Telegram-Gruppe, warte mal, ich schaue nochmal ganz kurz. Jetzt hier habe ich es reingeschrieben, wo da Ethereum in der Pipeline für euch, aber stand jetzt ist ein Entry hier, 1562 mit Stop-Loss, nicht übel. Das war für mich der Startschuss, dass ich rein bin. Momentan mini, 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 mini mal im Profit momentan. Ich gehe trotzdem nochmal davon aus, dass wir immer noch dieses Tief hier fischen bei den 1544. Stop-Loss habe ich ja genannt, liegt einfach hier unten bei der 1515-Region. Ineffizienz hier in diesem Bereich, die ich gerne noch gefüllt hätte, früher oder später. Aber trotzdem, meines Erachtens nach, nach oben hin gibt es deutlich, deutlich mehr zu fischen. Ineffizienz, Golden Pocket, was weiß ich, was wir da oben noch alles haben. Also die Confluence, die wir hier oben in dem Markt eben drin haben, ist sehr, sehr groß, um nicht angetestet zu werden und dann möglicherweise eben für morgen dann eben diese Kehrtwende zu machen. Also ich würde es nicht unterschätzen, dass wir eben diesen Verlauf kriegen. Pump, hier hoch, alle Bullish, beziehungsweise haben wir hier sogar ein bisschen mehr Luft, bis 1635 sogar. Das ist wieder so ein bisschen diese Kontra-Bewegung im Gegensatz zu Bitcoin. Also darauf ein bisschen achten, dass wir hier oben auf Luft haben und dann morgen Pole-Rede, dass uns dann hier unten eben die Ineffizienzen ein bisschen um die Ohren fliegen, dann neue Konsolidierung und vielleicht dann eben dieses Aufwärtspotenzial, sollte die Rede gar nicht so beschissen sein, wie sie dann wirklich ist. Wir wissen, News traden wir nicht, wir gucken, was der Markt macht. Momentan sieht es eher ein bisschen nach Erholung aus, um dann möglicherweise ein neues Dump-Szenario auszulösen. Abschreiben würde ich es nicht, deswegen weiterhin vorsichtig mit überhebelten Longs. Trotzdem, Bitcoin, Ethereum laufen erst einmal. Gut, Altcoin-Updates habe ich ja gestern schon gegeben, Polkadot und Matic oder was? Ne, Polkadot war es, wo ich gesagt habe, der läuft noch, der läuft auch weiterhin daran, hat sich nichts geändert. Und Cardano bin ich noch nicht drin. Da warte ich immer noch auf das Szenario, aber wir kommen langsam aber sicher hier ein bisschen näher rein. Bullish Divergence hat sich mittlerweile aufgelöst. Da warte ich jetzt einfach mal noch ab. Also da bin ich noch keinem Trade drin. Wir beobachten das mal die nächsten Stunden ganz genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu den News bei CryptoGuru wie immer. Und was haben wir hier? In Kryptowährungen investieren werden Kleinanleger die Zukunft gestalten. Wage ich zu bezweifeln. Bin ich ganz ehrlich, das große Money wird für immer und ewig das bestimmen. Außer Bitcoin wird irgendwann mal Zahlungsmittel oder sonstiges. Dann kann ich mir das ein bisschen eher vorstellen. Aber an sich bin ich da ein bisschen zwiegespalten, ob Kleinanleger hier wirklich früher oder später mal das Ruder rumreißen können. Oder Kleinanleger werden zu wahlen. Wer weiß das schon genau. Gut, damit würde ich sagen, was ist für das heutige Video. Ich starte jetzt diese Woche auf dem Zweitkanal mit den Aktienanalysen. Ich habe es gestern nicht geschafft. Ich habe mir gestern einfach mal ein paar Stunden Pause gegönnt. Ich denke aber ab morgen oder spätestens übermorgen wird es dann mit den Aktienanalysen losgehen. Ich würde anfangen mit Tesla und Apple. Und dann könnt ihr in der Telegram-Gruppe abstimmen. Ich werde da jetzt jede Woche eine Umfrage machen, wo ihr euch von, ich sage jetzt mal 8 oder 10 gibt es glaube ich mittlerweile bei Bing X, die gelistet worden sind. 2 bis 3 raussuchen können. Die besten 3 oder die am meisten gevoteten werde ich dann zukünftig reinnehmen, damit ihr abstimmen könnt, welche wir zukünftig analysieren werden. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Und so kombinieren wir im Endeffekt den Kryptomarkt hauptsächlich auf dem Hauptkanal und dann noch ein bisschen so den Aktienmarkt auf dem Zweitkanal. Finde ich eigentlich eine gute Lösung. Deswegen gerne den Zweitkanal abonnieren. Dann würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, natürlich auch auf dem Zweitkanal, Telegram-Gruppe joinen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen früh wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypt.